Hallo ihr Leute, einen schönen Abend wünsche ich euch. Eine lange Zeit habe ich kein Video gedreht, weil mein gutes Meerschweinchen eingestorben ist. Ist eingeschlafen. Es war vier Jahre, hatte mir einen Zahn gehabt. Wir waren beim Tierarzt, bei Frau Hauser waren wir noch mal gewesen. Jetzt haben wir einen Zahn gemacht. Dann haben wir das gepflegt, noch mal richtig. Wärmelampe herangemacht und alles. Und dann ist es doch verstorben. Wir waren so richtig traurig erschüttert, dass es nicht mehr da ist. Richtig traurig sind mir, dass es nicht mehr da ist. Man fühlt es so genauso, wenn ein Mensch geht und wenn ein Tier geht, fühlt man genauso. Hier ist auch was wert im Leben. Mal wieder aufgeräumt hier ein bisschen. Die beiden vermissen sie auch ganz doll. Die kleine Flori. Die beiden warten mal, ohne sich zu danken bleiben. Ich habe wieder alles neu gemacht. Heu reingemacht. Bisschen Äste gesucht. Habe ich draußen, dass wir mal was hartes haben, müssen sie mal haben. Die Zähne abwärtsen, die beiden haben. Da guckt mein Papi. Da passe ich auf, dass er den Tieren nichts tut. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt alle gesund. Ne? Und einen schönen Samstagabend. Deuermann. Vielen Dank.